Hallo liebe Deutsch-Lernende! Hier sehen wir einen Totholz-Baum. Das heißt, dieser Baum ist tot und dadurch ist er ein Lebensraum für viele Insekten und andere Tiere. Wisst ihr warum? Weil dadurch werden die schönen, gesunden Bäume nicht von den Insekten beschädigt. Dadurch bleiben die Bäume gesund und haben keine Insekten-Krankheiten. Und da hinten sieht man eine Muschel. Da sieht man auch Leute, die tanzen und Theater spielen. Das ist hier auch sehr, naja, ganz normal. In einer großen Stadt gibt es halt Theater und Kunst. Ja, ich hoffe ihr kommt auch bald zu Besuch!